Action! So Timo, wir rücken also demnächst eine Viertelstunde von oben raus. Du und ich zusammen und der Martin, der hinter der Kamera findet. Jetzt vor der Kamera. Guck mal, die Paparazzis hier. Und was sagst du? Schön, wenn so weiß. Ach wie, gönnt's ihm doch. Aber er wollte es ja gar nicht. Ach echt? Da bin ich mal gespannt, was er nachher sagt. Ich bin gespannt, was er sagt. Auf mir lasse der meiste Druck an. Wird alles gut, ok? Wird alles gut. Wenn du das hier siehst, musst du volle keine Lachen. Genau so. Ja, ist super. Und dahinter, ist schon das ein Kurs gefahren oder nicht? Nein, nein, das ist ok soweit. Das eine Mal, das hebt schon. Das war ein Spaß. Und was sagst du dem? Ich freu mich schon, ja. Ich freu mich schon. Ganz schick, die zwei. Und du bist ein- und fliegst dich durch. Unter dem Flieger, driegst dich durch, machst dich rückwölz. Und pass dir Hände an das Schubzeug. Und Kopf zurück in den Nacken legen. Und dabei lächeln. Ja, hab ich. Bleib mal so, bleib mal so. Woops! Untertitelung. BR 2018 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 Heftig, also ich habe sie nicht so schnell vorgestellt. Also ich habe gedacht, kaum trauen sie schon wie den Firm auf. Das ist eine Kamera. Oh, die läuft genau. Warte, hier an der Seite. Genau, du bist fertig. Jetzt bist du bereit. Komm, High Five! Cool. Cool. Na, Maria. Cool. 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 Okay! Okay! Untertitelung des ZDF, 2020